Im Wunderland wohnte eine geheimnisvolle Frau, die sich nichts Sehnlicher wünschte, als ein kleines Kind zu haben. Deshalb bat sie eine sehr alte und schlaue Hexe um Hilfe. Hier hast du ein magisches Korn. Pflanze es bei dir zu Hause ein, pflege es gut und nach fünf Tagen wird eine Belohnung auf dich warten, erklärte die Hexe und gab der Frau den magischen Samen. Pflanze Pflanze